Das Papst Benedikt unterschrieben hat und er damit bestätigt hat, dass unsere Mörter uns Vorbilder sind im Leben und im Sterben. Nos, Vota Fratris Nostri, Varnerii Tissen, Archiepiscopi Metropolite Amburgensis, Nec non plurimorum alliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi Fidelium explentes, De Congregationis de Causis Sanctorum Consulto, Autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabiles Servi Dei, Ioannes Enricus Vilhelmus Brasec, Andreas Paulus Eduardus Müller, et Hermanus Lange, presbiteri et martires, pastores secundum cor Domini Iesu, Strenui Defensores grege sibi concrediti, Congurit estes liberantis veritatis Evangelii, Beatorum nomine imposterum appellentur, Eorunque festum, Dietricesima Novembris, qua in Celum sunt natis, In locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit. Apostolisches Schreiben seiner Heiligkeit, Papst Benedikt XVI. Indem wir den Wunsch unseres Bruders Werner Thissen, des Erzbischofs und Metropoliten von Hamburg, vieler weiterer Mitbrüder im Bischofsamt, sowie vieler Christgläubiger erhören. Und nachdem wir den Rat der Kongregation für die Heiligsprechungen eingeholt haben, gewähren wir aufgrund unserer apostolischen Autorität, dass die ehrwürdigen Diener Gottes, Johannes Prasek, Eduard Müller und Hermann Lange, Christer und Märtyrer, Hirten nach dem Herzen unseres Herrn Jesus Christus, tatkräftige Verteidiger der ihnen anvertrauten Herde und treue Zeugen der befreienden Wahrheit des Evangeliums, von nun an als Selige genannt werden. Und dass ihr Fest an einem festzulegenden Tag im Monat, in dem sie zum ewigen Leben geboren wurden, an den Orten und nach den vom Recht festgesetzten Regeln jährlich gefeiert werden kann. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, aput Santum Petrum, die unde vicesimo mensis Iuni, anno Domini bis millesimo undecimo, Pontificatus nostri septimo, Benedictus Papa decimus sextus. Amen, Amen, Deo gratias Amen, Amen, Deo gratias Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Seliger Kaplan Hermann Lange, betet für uns. Seliger Kaplan Eduard Müller, betet für uns. Seliger Kaplan Johannes Prasek, betet für uns. Ihr seligen Lübecker Märtyrer, betet für uns. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. 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 in Gottes Land. Wiesel, trage auf dem Tod, du loben große loben keine, keine neuen morgens und wie die Heilige Wege weiten und sie in Leiden mit und Seilen großer der Lange im Neus Applaus 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 Vielen Dank.